Warum fährt er denn so lang? Beflucht, der Kacke, was tut er? Beflucht, was ist das? Ey, sag mal, du hast mir doch gesagt, sie fährt mit den Kindern im anderen Auto. Hat sie auch, Buzz. Hat sie auch jeden Tag getan. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Ah, auf keinen Fall. Ey, auf keinen Fall. Das war's. Olvídalo. Matamos a este tipo solo. Sin mujer y sin hijos. No, si Sosa dice que lo hacemos ahora, lo hacemos ahora. Vamos. Beflucht, der Kacke. Ok. Es ist so abgefuckt, mies. Es ist so zum Kotzen, beschissen. Los estás perdiendo. Mira. Los estás perdiendo. Ok, ich sehe ihn, ist ja gleich. Ich sehe ihn. Diez metros. Diez metros. Muévete. Muévete. Halt die Fresse, du Arsch, ok? Weißt du es drauf? Die Augen zu gucken, wenn du sie hochjagst. Du versteckst dich aber mit deinem Scheiß. Keier Ding. Donny, Donny, er entkommt uns aus. Was ist jetzt? Was ist uns jetzt tun? Du bist wirklich stark, he? Mach dich an, ja? Wenn du ne Mutter und ihre Kinder umlegst, dann fühlst du dich groß. Keier Ding. So siehst du auch aus, du Arsch. Was glaubst du, wer ich bin? Denkst du, ich leg zwei Kinder und eine Frau um? Leck mich doch. Ich will so eine Scheiße in meinem Leben nicht. Du stirbst, du abgefuckte Sau! Was denkst du, wer ich bin, hä? Glaubst du, vielleicht bin ich so ein verkackter Wurm wie du? Ich hab's dir gesagt, Mann. Ich hab's gesagt. Verarsch mich nicht. Ich hab gesagt. Auf keinen Fall Kinder. Aber du wolltest ja nicht hören. Also, du dummer Forz. Guck dich jetzt...